Manginot Hachaim, Lebensmelodien. Dieses Motto steht für eine Musik, die das Leben in einer Phase schrieb, wo ein normales Leben gar nicht möglich war. Diese Musik, die wir heute wieder hören können, hatte jedoch gerade zum Überleben und zum Weiterleben beigetragen. In einer der schrecklichsten Zeiten der jüngsten Vergangenheit wurden noch im Anblick des Todes Werke geschaffen, die von einer Kraft und Leichtigkeit sprühen, die uns heute fasziniert und berührt. Der Klarinettist Nour Ben Shalom hat vor zwei Jahren begonnen, nach vergessenen Komponisten und verschollener Musik aus der Zeit der Shoah zu forschen. Zusammen mit dem Nimrod Ensemble stellt er seitdem die wunderbaren Fundstücke einer breiten Öffentlichkeit vor. Die Werke, die wir hier hören, sind sowohl Erinnerung und Mahnung als auch Kunstgenuss zugleich. Trotz des Abgrundes, in den die Komponisten schauten, war ihnen der Ausdruck ihrer Gefühle und Hoffnungen in musikalischer Form ein Bedürfnis, begleitet von ihrem tiefen Glauben. Lassen Sie uns gemeinsam die Intensität dieser Musik empfinden und daran arbeiten, dass wir aus unserer Vergangenheit lernen und das nie wieder auch im Alltag praktizieren. Ich freue mich sehr, dass diese einzigartige Musik ihren Weg nach Wiel gefunden hat. Wiel ist ein sehr passender Ort für das Konzert der Lebensmelodien, nicht nur wegen der bei Ihnen ganz besonders aktiv gepflegten Erinnerungskultur. Das Engagement der Wieler Bürgerschaft für eine Städtepartnerschaft mit Jok Nerm in Israel geht zurück auf die frühen 70er Jahre. Seit 1991 hat sich die Freundschaft zwischen Wiel und Jok Nerm in einer Städtepartnerschaft verfestigt und trägt heute reife Früchte. Der direkte Austausch zwischen Deutschen und Israelis, Jugendlichen wie Erwachsenen, ist unersetzbar. Denn erst das persönliche Kennenlernen führt zum gegenseitigen Verstehen und trägt zum Abbau von Vorurteilen bei. In meiner Funktion als Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus unterstütze ich das bürgerschaftliche Engagement für die Sichtbarmachen jüdischen Lebens in unserer Gegenwart ebenso wie eine lebendige Erinnerungskultur. Gerne habe ich daher die Schirmherrschaft für das Konzert übernommen und bedauere sehr, nicht persönlich anwesend sein zu können. Ich wünsche allen Anwesenden ein eindrucksvolles Konzert und einen inspirierenden Abend.